Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 1. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Ne, Quatsch. Und wir machen direkt weiter. Ich versuche jetzt diesen Hana hier mal zu sagen, dass er was falsch macht. Der kann hier nicht einfach so predigen. Nein, verdammt. Nö. Und Sie glauben, dass dies der richtige Weg ist, die Entflammten zu repräsentieren? Die Wahrheit der Entflammten muss verkündet werden. Sie gaben den Hana die Sprache und dem Universum die Massenportale. Ah, die Projektoren. Ne, Quatsch. Wissen die? Proteane? Diese Person hat nur die Worte der Wahrheit an alle Richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Wie wäre es, wenn ich Ihnen eine Evangelikaner-Erlaubnis kaufen würde? Der finanzielle Aspekt ist Teil der religiösen Einschränkung. Diese Person lehnt es ab, dass jemand zahlen sollte, um die Wahrheit verkünden zu dürfen. Also super. Aber diese Person verfügt ohnehin nicht über die beim Kauf einer Erlaubnis anfälligen 150 Credits. Ja, die habe ich jetzt locker. 150 Credits können Sie haben. Eine sehr großmütige Geste. Sie sind kein Hana, aber unterstützen uns dabei, die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Diese Person wird dem Zitadell-Sicherheitsofficer keine Probleme mehr bereiten und dankt Ihnen vielmals. Äh, jo, Mann. Äh, super. Das war ja toll. Na gut. Äh, was hast du dazu zu sagen, Junge? Endlich ist der Hana weg. Ich danke Ihnen. Gern geschehen. Ich hatte gerade eh nichts zu tun. Ich helfe immer gern. Universum retten und so. Hier, für Ihre Hilfe in dieser Anbindung. Und, kriege ich jetzt 200 wieder? Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss mich bei meinen Vorgesetzten melden. Wie viel kriege ich wieder? Mal gucken. Äh, gar nichts. Ach, ein Medi-Gel habe ich bekommen. Ah, das ist auch ein Ornock. Das ist da, haben wir wieder eine Nebenmission erledigt. Wurde das eigentlich auch abgezeichnet im Tagebuch? Äh, ja. Guck mal. Eine Nebenmission ist erledigt. Ist das nicht super? Dann kümmern wir uns in dem Part jetzt noch ganz fix um eine andere Nebenmission, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen. Weil das ist ja die, die ich euch sowieso noch zeigen wollte. Gibt es ja eigentlich eine bestimmte Einschränkung, wie lange man sprinten kann? Ich weiß es nicht. Obwohl, sprinten würde ich das nicht nennen. Ne, ähm. Und zwar. Ist das noch eine nette Mission, die wollte ich euch eh noch zeigen. Guck mal, da steht ein Typ rum. Ich habe vergessen, wie diese Außerirdischen heißen haben. Die haben auch so einen coolen Namen, die so schnell reden. Diese, diese, diese Außerirdischen, die so schnell reden, weil die können nicht langsam reden, weil sie haben so ein kurzes Leben und deswegen reden die so schnell und so weiter und so fort. Ich verstehe gar nicht, wie die das so schnell können. Selbst ich als geübter Let's Player muss ja teilweise überlegen beim Reden. Hier, die hier meine ich. Solche Außerirdischen hier. Ja. Äh. Komische Typen. Müsste man, müsste man mal nachlesen, wie die heißen. Und da ist auch noch eine Statue von diesen, ich glaube, das waren Grobianer hier, von diesen Dicken da. Äh. Nette Typen. Also ich finde die eigentlich ganz nett. Die sind so Hau-Drauf-Typen mit Seele. Oder so. Man weiß es nicht. Ist auch egal. Ähm. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber das hier ist eine Sackkasse. Scheiße, Mann. Ach, da war die Abzweigung, Mann. Ich bin so blind. Das ist ja gar nichts. Was? Ja. Ja, mein Büro auch. Fünfmal? Aber warum? Was versprechen die sich davon? Büro umbauen ist immer gut. Keeper! Und... Geld. Juhu. Ah, hier haben wir noch so einen Schnellreisepunkt. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir wollen hier rein, glaube ich. Ja, ich glaube, wir waren hier rein. Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Scheiße. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, sie zu empfangen? Äh, was ist das hier? Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht. Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn sie ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit ihnen zu treffen. Ganz toll. Ich werde so in 200 Jahren mal. Commander Shepard, ich gehöre zu den Spectres. Großartig! Sie hören dann in ungefähr... Drei oder vier Monaten von uns. Okay, doch nicht so lange wie erwartet. Ach ja. Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere ihren Namen, wir melden uns dann bei ihnen. Kann ich noch etwas für sie tun? Weiß ich nicht. Äh, ja. Was tun Sie hier, Nelina? Weiß sie den Namen? Ich bin eine der Akolytinnen der Konsortin. Nicht alle, die hierher kommen, haben die Gelegenheit, die Konsortin zu sehen. Ich kümmere mich dann um sie. Es ist unsere Arbeit, diese Menschen trotzdem glücklich zu machen. Ja, nee, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist okay. Wie genau kümmern Sie sich um sie? Jede Akolytin hat individuelle Fähigkeiten. Einige bieten tröstlichen Gesang, andere pflegen Konversation. Wir versuchen immer, die richtige Akolytin für die Bedürfnisse unserer Klienten zu finden. Ich bin auf Berührungen spezialisiert. Mit meinen Fingerspitzen kann ich jeden verspannten Punkt ihres Körpers finden und lockern. Was ist das? Eine Teilmassage? Davon will ich nichts hören. Da kriegst du eh keine Bieren bei. Ich würde Ihre Dienste gerne in Anspruch nehmen. Exzellent! Ich werde Sie auf unsere Klientenliste schreiben. Wir werden in... Drei oder vier Monaten Zeit für Sie haben. Da hab ich Zeit. Da hab ich schon... Da hab ich freigenommen. Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere Ihre Namen und wir merken jetzt bei Ihnen. Was ist eine Konsortin? Welche... Das ist nicht einfach zu erklären. Jetzt hab ich's übersprungen, sorry. Sie bieten vielen Leuten Dienste an. Individuell auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Toll. Einige suchen Rat, andere Unterhaltung. Und andere wiederum reine Entspannung. Meist wissen unsere Klienten nicht einmal, was sie suchen. Bis sie es von ihr erhalten haben. Mythisch. Das klingt, als wäre sie eine Art Orakel. Nein, das trifft nicht auf Sie zu. Sie ist bloß eine Frau. Eine Frau mit sehr viel Mitgefühl und einem freigiebigen... Boring. Machen Sie doch einen Termin und finden Sie es selbst der Wartezeit. Ja, jetzt kann er nicht. Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche, Sie zu sprechen. Ganz toll. Ja, natürlich, Herrin. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, Sie jetzt zu sehen. Das ist super. Wo finde ich sie? Gehen Sie einfach nach oben. Sie erwartet sie dort. Ganz toll. Ganz toll. Ich habe mich gerade ein bisschen über die Grafik des Rocks gewundert. Die wirkte irgendwie gerade seltsam. So Gubbi-artig. Aber egal. Was ist denn das hier für ein Typ? Sogar Menschen scheinen die Konsortin unwiderstehlich zu finden. Ja, du musst dich gerade aufregen, du außerirdisches Vieh. Das ist mein erstes Mal. Ich hätte schon viel früher kommen sollen. Ganz toll. Willkommen. Es ist mir eine Freude, Sie begrüßen. Ja, man ist toll. Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. Das ist nah genug, Commander. Ich habe seit ihrer Ankunft hier auf Zitadell viel über Sie gehört. Ich habe doch gar nicht so viel gemacht, ein bisschen geballert, ein paar Leute umgelegt. Ähm, Club habe ich gestürmt. Äh, ansonsten war doch nichts großartig los. Was bieten Sie hier an? Das kommt auf Ihre Bedürfnisse an. Einigen biete ich Rat, anderen Trost. Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Ja. Dann, äh, leg mal los. Und ich glaube, das ist jetzt hier die Nebenmission, die ich meine. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe einen Freund, Septimus. Einen ehemaligen thurianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah ihn mir mehr als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich. Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Was ist zwischen Ihnen vorgehalten? Man, ich rede zu wenig. Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er Ihnen erzählen möchte, was passiert ist, so ist das seine Entscheidung. Ja, und das ist die Nebenmission, die ich meine. Da kommen wir, glaube ich, auch nochmal bei der, ähm, komischen, äh, Reporterin vorbei. Und dann können wir da auch gleich noch die Nebenmission abgeben, ne? Was genau soll ich ihm denn sagen? Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Nun muss ich Sie bitten, zu gehen. Es warten noch viele Klienten. Das habe ich gesehen. Die Schlange ist ja geradezu raumerfüllend. Also der Raum ist ja voll mit Klienten, die warten. Also das, äh, ja, 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 ja. Und hier, oh, diese Schlange, seht ihr sie? Seht ihr die Menschenmassen? Sind mehr Frauen da als Klienten, Alter. Egal. Ja, ganz toll. So, okay, jetzt muss ich erst mal gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Irgendwo hier war doch ein Schnellreisepunkt, oder? Ist doch egal, ob man den Anblick von Koganern gewöhnt ist. Ähm, ja, wir wollen, glaube ich, in die Bezirke. Und ich wette, nämlich, der ist irgendwo in das Nestding. So, ja, da wollen wir hin. Wir gehen ins Nest und dann, wir gehen ins Nest. Oh Gott, das ist auch so eine Ausdruckweise. Das ist natürlich ein Club. Nur so Disco-mäßig, so. Boom, boom, Techno, Techno, boom, boom. Oh Gott, oh Gott, wenn das jemand hört, der hält mich für bekloppt. Egal. So, ich möchte jetzt, ich würde wirklich stark vermuten, der war hier, der Typ, ähm, von der Mission. Und vielleicht kriegen wir diesmal mal einen Alkohol. Oder ein Trinken, äh, Wasser. Mineralwasser. Kriegen wir hier. Bestimmt diesmal. Ja, was, was soll dieses, hmmm. Ach, guck mal, da vorne ist ein Ausrufezeichen. Also, da vorne wird was Wichtiges sein. So, ähm. Ne, das ist ein Gast. Ach hier, das ist General Septimus. Ich wusste doch, dass der hier ist. Kommander, äh, was wollen Sie? Umf, umf, dass Sie das immer noch mit hinschreiben. Oh, seltsam, ne? Ich bin in Shairas Auftrag hier. Ihre Lügen tun ihr weh. Gut. Ihre Lügen bringen mich seit Tagen um. Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Und es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Dies ist erbärmlich. Wie kann eine Frau Sie in diesen Zustand versetzen? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der thurianischen Flache. Du brüllst auch ein bisschen was drauf ein, oder? Ich glaube, ich verstehe. Aber Lügen zu verbreiten, macht die Sache nicht besser. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Äh, ne, glaube ich nicht, na. Sie müssen wie ein General handeln, wenn Sie das überwinden wollen. Ich habe mein ganzes Leben wie ein General gehandelt. Wo hat mich das hingeführt? Hey, du bist General. Nein, diese Zeit ist vorüber. Ich bin, was ich bin. Ein müder, einsamer, erschöpfter Soldat. Wer behauptet sowas? Wollen Sie, dass man sich so an Sie erinnert? Nein, man soll sich gar nicht an mich erinnern. Aber ich verstehe Sie. Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Das ist kein Schaden. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert. Auch, wenn Sie mich nicht zurückkommen. Ganz toll, na, wunderbar. Es ist kein Ort für jemanden Ihres Ranges, General. In Ordnung, ich gehe zu, ja. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verbringen? Äh, Credits sind immer gut. Ich bin der Geldgeiler Sack. Also her damit. Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elcor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum ist das so? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Okay. Wieso denken Sie, er würde mir glauben? Sie bringen ihm Beweise. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen herhabe. Es wird Shaira entlasten und den Elcor überfordert. Das klingt gut. Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xelthan. Er ist ein Elcor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Das ist... Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Gute Idee. Gute Idee. Da saufen wir erstmal hin drauf. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Hey, ich bin schon Spektra, das reicht. Nee, das ist der Typ, den wir vorhin schon gesehen haben. Und ja, deswegen habe ich ja an dieser Stelle das Gespräch bei dem auch abgebrochen, weil wir das jetzt erst machen. So, und kriege ich diesmal mal einen Drink oder nicht? Alter, hier will mir Kinder einen Drink geben. Bekommt man wirklich erst im zweiten Teil einen Drink hier? Ich komme zu Ihnen, so schnell ich kann. Du stehst vor mir. Hey, bin gleich bei Ihnen. Die will mir nichts geben. Das kann doch nicht wahr sein. Dann gucken wir hier noch ein bisschen zu. Ach ja, ach ja. Das ist öde. Verstehe ich nicht, was das soll. Naja, bestimmt finden irgendwelche kleinen, äh, pubertierenden Kinder das gut. Wenn kleine, pubertierende Kinder unter meinen Zuschauern sind. Ja, dieser Spruch ging an euch. So, und jetzt nix wie raus hier. Und zwar müssen wir jetzt wieder zurück. Nee, jetzt suchen wir erstmal schnell die Reporterin auf. Und da geben wir dann dieses Ehne-Datenpad ab, was wir noch haben. Weil ich glaube, dafür kriegen wir ein paar Credits und das ist gut. Ich bin ja geldgeil, ne? Ich bin ja ein geldgeiler YouTuber. Zu den unteren Märkten. Nee, die waren nicht bei den Märkten. Die war irgendwo woanders. Das weiß ich noch. Die war hier oben irgendwo. Da habe ich noch... Das habe ich noch in Erinnerung. Soweit habe ich das Spiel ja noch gespielt. Ähm, ja, also wie gesagt, Momtan ist das Spiel noch nicht blind. Nee, ich habe es noch nicht gesagt, oder? Na, dann sage ich es jetzt mal. Das Spiel ist bisher noch nicht blind. Ähm, ich kenne es noch soweit. Aber es steht halt schon in den Text, weil ich... Weil ich scanne, verdammt. Habe ich den Keeper hier schon gescannt? Ja, okay. Hier ist auch ein Ausrufezeichen. Das heißt also, ich bin vermutlich relativ in der Nähe. Aber Ausrufezeichen heißt ja immer, dass irgendwas in der Nähe ist, was wichtig ist. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Mein Gott. Diese 20-Minuten-Parts machen mich fertig. Ich sag's euch. Das spielt man auf immer so lange, aber man kann sich auch irgendwie viel mehr entspannen. Und das hier ist sie doch schon, ne? Commander Shepard? Hallo? Ja, das ist die alte schon. Na, dann quatschen wir mit der noch schnell. Mein Name ist Emily Wong. Ich untersuche als Journalistin die Korruptionsvorgänge auf der Zitadelle. Sie haben vor kurzem einen Mann namens Fist ausgeschaltet. Er war Mitglied eines Verbrechersyndikats. Haben Sie vielleicht in seinem Büro Beweismittel gefunden? Irgendetwas, was Sie mir erzählen könnten? Beweismittel? Der Typ war ein Verbrecher? Ich meine, der hat auf mich geschossen, aber war er deswegen ein Verbrecher? Hm. Diese OSDs könnten ein paar Informationen für Sie enthalten. Sie haben Fist-Dateien? Das könnte noch interessanter sein, als ich hoffte. Hier, bitte, Commander. Für Ihre Mühe. Ich hab zwar nichts gemacht, aber bitte sehr. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss jetzt diese Diss überprüfen. Ey, wir haben 200 Geld bekommen. 200 Credits. Na ja, sind wir wieder in den Nebenmissionen erledigt. Ich wollte zwar nicht so viele Nebenmissionen machen, aber ein paar schaden ja nicht, ne? So, Keeper-Scan, ungewöhnliche Signale. Das sind alles Nebenmissionen. Das werden auch später noch machen, diese Missionen hier. Da kommen wir nämlich nicht hin. So, Azari-Konso. Jetzt müssen wir mit der Fatih-Scan sprechen und mit diesem einen Typen schaffen wir das noch. Wenn wir einen Schnellreisepunkt nutzen, könnten wir das noch schaffen. Jetzt müsste wir bloß hier einen Schnellreisepunkt finden. Ähm, da geht's bestimmt auch nur zu den unteren Märkten. Gottes Willen, Gottes Willen. Hier muss ja irgendwo ein Schnellreisepunkt sein. Hier muss irgendwo ein Schnellreisepunkt sein. Hey Leute, lasst mich... Oh Gott, die lassen mich nicht durch. Die lassen mich nicht durch, die Schweine. Aber ich finde die Welt trotzdem sehr schön gemacht. Also seht mal hier, alleine wenn man hier mal rausguckt, hier fällt immer irgendein Fahrzeug vorbei oder so, das ist schon cool gemacht. Also die Welt, die ist schon nicht realistisch, aber gut gestaltet. Ja, ja, das muss man mal lassen. So, und ich glaube, mein Speicher ist auch langsam voll, also sollte ich dann langsam aufhören. Ich muss ins Präsidium und zwar muss ich zu den Botschaften. So. Und ich finde auch den Ladescreen schön gemacht. Da könnte man eigentlich auch mal Screenshot machen und das so als Wallpaper benutzen. Hm. So, ähm, ja, jetzt sind wir hier. Und jetzt gehen wir zu diesem einen langsam sprechenden Außerirdischen. Nein, ich kann deine Mission noch nicht machen. Ich kann deine Mission noch nicht machen, die mache ich später, wenn ich irgendwann mal mehr Erfahrungspunkte dafür habe. Ich finde die Türen auch geil irgendwie, die Türen sind geil. So, ähm, jetzt quatschen wir mit dem Typen. So, jetzt leckst es gerade kurz, aber egal, vermutlich wenn es nachlädt, obwohl die Disko installiert ist. So, das hier ist der Zeltan. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Ach, Quatsch. Ist ein guter Zeitpunkt. Ich weiß, wer Ihr Geheimnis verraten hat. Es war ein Turianer namens Septimus. Ungläubig. Ich kenne diesen Septimus. Er kann nichts von meinen Geheimnissen wissen. Er kann nur durch die Azari davon erfahren haben. Hier. Das sollte Beweis genug sein. Verwirrt seiend. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn der Turianer das selbst herausgefunden hat, bedeutet dies, dass alle mein Geheimnis herausfinden müssen. Das ist aber schlecht. Dann solltest du dagegen mal was tun. Septimus ist ein mächtiger Mann und selbst er hatte Schwierigkeiten, es herauszufinden. Erleichtert sprechend. Ich denke, Sie haben recht, Mensch, Commander. Ich bin sicher, dass sie Ihnen vergeben wird. Sie haben nicht bösartig gehandelt. Leise daran zweifeln. Ich hoffe, Sie haben recht, Menschenkommander. Ich würde es mir sehr wünschen. Sie haben mir sehr geholfen, Commander. Zustimmend. Sehen Sie denn? Nicht alle Menschen sind so, wie Sie behaupten. Sagt er noch irgendwas, oder? Äh. Ich bin sicher, dass der Erdling irgendwie Profit aus der Sache schöpft. Ja, ich habe Geld dafür bekommen. Verzeihend. Hören Sie nicht auf meinen Wohls Landsmann. Sie haben sehr geholfen. Ganz gleich aus welchen... Oh, alleine, wie der Typ gerade weggewandert ist. Wumm. 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 Ist das geil. So, Leute. Gucken wir mal ganz schnell. Die Mission sollte dadurch erledigt sein. Jupp. Okay, das wäre erledigt. Jetzt gehen wir als nächstes noch zur Asari-Konsortin. Allerdings nicht mehr in diesem Part. Ich verabschiede mich, Leute. Und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss, Sikowski. Und bye, bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.